So Leute, was geht ab? Ich wollte heute noch mal ganz kurz mit euch über den Allianz-Krieg reden. Ich hab euch ja schon mal gesagt, oder ich hab euch ja schon mal ein kurzes Video dazu gemacht. Jetzt mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen stabilisiert, also ich denke immer noch, sie müssen sehr viel machen. Aber ich geb euch jetzt mal wieder einfach ein Update, bis sich wieder irgendwas verändert in meinen Augen. Und das ist jetzt hier unser letzter Krieg. Na, vorletzter, geb ich zu. Aber hier ist etwas passiert, was ziemlich geil ist. Also ich bin sehr froh, dass ich euch ein Screenshot da von meiner eigenen Allianz zeigen kann. Weil ich hab schon ähnliche Screenshots gesehen von anderen Allianzen. Aber hier haben wir selber einen. Also ihr seht hier, beide Teams haben alle drei Bosse besiegt. Beide Teams haben 100% der Map erkundet. Beide Teams haben 150 Verteidiger platziert. Unser Team hat eine niedrigere Verteidigungswertung gehabt. Zwar nicht allzu viel, so circa 8000 weniger. Dennoch hatten wir weniger. Aber das macht punktetechnisch nicht viel aus. Das macht, lass mich kurz rechnen, das macht 17 Punkte aus. 17 Punkte haben wir deswegen weniger gekriegt, wegen 8000. Also jetzt könnt ihr mal hochrechnen. Aber jetzt. Die Verteidigervielfalt ist das, was gerade bei uns aktuell die Kriege gewinnt. Ich kann euch eben, wie gesagt, ich krieg von euch absolut keine Resonanz in euren Tierstufen. Ob das bei euch auch so ist. Aber bei uns ist, ähm, wir gewinnen den Krieg durch die Verteidigervielfalt. Ihr seht hier, wir haben sogar gefailt. Wir haben nur 149 verschiedene gehabt. Ähm. Und da haben wir, einer hat außerdem doppelt eine Magic platziert. Deswegen dachten wir eigentlich schon, wir verlieren den Krieg. Die Gegner haben aber entweder zweimal gefailt oder zweimal, äh, auf verschiedene Charaktere verzichtet. Und somit haben die Gegner 148 verschiedene Defender, kriegen dadurch 18.500 Bonuspunkte. Wir haben 149 und kriegen 18.625 Bonuspunkte. Das heißt, wir kriegen 125 Bonuspunkte mehr, weil wir einen anderen Verteidiger einfach haben. Und das, obwohl unsere Wertung niedriger ist. Und die Wertung hat, wie gesagt, einen Ausschlag von 17 gehabt, von 8000. Die Wertung von 8000. Ja. Macht euch euer Bild drüber, ne? Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's jetzt so. Das war ganz schnell und kurz. Das könnt ihr auch alle vom Handy anklicken und euch kurz anschauen. Im Allianz-Krieg guckt, dass ihr verschiedene Defender aufstellt. Geht auf die Verteidigervielfalt. Also zumindest, wenn ihr es schafft, 100% der Map zu clearen und eure Gegner auch. Und die Verteidigervielfalt zählt pro Battlegroup. Das heißt, ihr müsst quasi 50 verschiedene Defender haben in Gruppe 1, in 2 und in 3. Also in 1 und 2 und 3 können überall genau die gleichen drin sein. Aber halt jeder darf nur einmal vorkommen in der Battlegruppe. Das heißt, ihr könnt Dormarmu in Battlegruppe 1 haben, in Battlegruppe 2 und in Battlegruppe 3. Aber immer nur einmal. Und das gilt für alle Charaktere. Und so gewinnen wir aktuell die Kriege. Ich hoffe, dass ihr sie auch so gewinnen könnt. Ich hoffe, es ist wieder durch was gebracht. Guckt mal in Q&A nochmal rein. Vielleicht habt ihr noch die ein oder andere Frage. Da habe ich recht viele Kommentare gekriegt. Aber wenig Fragen bis jetzt. Würde ich mich noch drüber freuen. Und haut rein! Ich hoffe, es ist wieder zu sehen.